Dankeschön. Bitte. Tja, aber wir sind hier nicht in der Dortmunder Westfalenhalle, sondern in einem alten Theater. Und hinter den Kulissen verbirgt sich modernste Elektronik. Wie sensibel die Sensoren sind, das möchte ich Ihnen jetzt mal vorführen. Passen Sie auf, kommen Sie mal ein bisschen näher. Achtung, ich schnipse jetzt und dann passiert folgendes. Licht aus. Licht wieder an. Schön, nicht? Wenn ich pfeife, passiert jenes. Achtung. I'm walking in the rain. Danke. Feucht. So. Und zufällig sitzt hier ein hübsches, junges Ding. Mädel, wenn du mir jetzt einen zarten Kuss auf die Wange gibst, dann kommt die Gruppe Kiss. Machst du mal? Musik. 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 Das war's. 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 Das war's.